Jannik Zehnder, das zweite herrliche Go innerhalb von 24 Stunden. Seid ihr im Moment gut eingestellt? Ja, heute Abend war ich ein bisschen glücklich. Er ist noch am Verteidiger als Stock. Wahrscheinlich sehen wir es dann auf dem Video. Aber ich dachte, ich schiessen wieder. Ich habe Vertrauen in meinen Schuss. Und es hat auch heute wieder geklappt. Es war einigermassen wilde Veranstaltung heute Abend. Ihr habt zweimal geführt, nach einem Ausgleichspiel ein extremes Treib. Was hat am Schluss den Unterschied gebracht? Ich glaube, wir haben schwach gestartet. Wir konnten uns steigern. Das zweite Drittel war eigentlich schon besser. Aber wir haben gewusst, wir wollen jetzt einfach im letzten Drittel nochmals alles rauslassen. Erst am Freitag wieder ein Spiel. Wir haben daran geglaubt und es hat geklappt.